So schön malt nur der Udo. Sechs Bilder hat die Rock-Ikone Udo Lindenberg schon für seinen Freund Thomas Münzel gepinselt. Dabei darf der Mainzer Arzt sogar mitbestimmen, was Lindenberg malt. Ich mache ihm einen Vorschlag und schicke ihm ein Bild vom Römer und vom Mainzer Dom. Udo in der Mitte. Er hat den Rest dann selbst künstlerisch gestaltet. Auch den 2016er Lindenberg wird der Chef der Stiftung Mainzer Herz wieder versteigern. So kamen bislang schon 40.000 Euro zusammen, mit denen die Herzinfarktforschung unterstützt wird. Wer das neue Bild will, muss mindestens einen Tausender locker machen. Die Auktion dauert noch bis zum nächsten Mal.